Als erstes spielen wir jetzt, es ist schon fast eine Weltreviere, und zwar spielen wir jetzt Piano Bingo. Ihr habt alle auf euren Tische, solche Fettelieger, wer hat denn schon mal Bingo gespielt? Kennt ihr, wisst ihr, wie Bingo geht? Also eigentlich sieht man da ja so Zahlen, und jeder muss die dann auf seinen Bingo-Zettel ankreuzen. Und wer als erstes fünf in einer Reihe hat, also entweder waagerecht, senkrecht oder diagonal, der hat vorne und muss dann ganz laut Bingo schreien, und genau, wer findet das. Und jetzt spielen wir das aber nicht mit Zahlen, sondern mit Songs. Das bedeutet, ich spiele jetzt Maddie aus ganz vielen verschiedenen Biedern, und ihr müsst jedes Mal, wenn ihr einen Song erkennt, den auf eurem Zettel ankreuzen. Und da gibt es auch verschiedene Kategorien. Wir haben jetzt bei Bestmach mal eine Kategorie mit Beatles-Songs, eine mit Ballermann, also Mallorca-Hits, eine mit Nineties, und dann einmal Liederspieler, und einmal noch italienische Hits. Genau. Schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Zu gewinnen gibt es Kinder. Wir spielen das so lange, bis wir drei Gewinner haben. Und ich habe hier natürlich keine Noten, sondern auch nur das. Ich denke, ich tschiete. Dann fäng mal los und schau, wie lange es dauert. Ich muss mal hier noch mal stoppen. Also länger als fünf Minuten ist das, dass wir das dauern. Schauen wir mal. Ich glaube, wir haben die Kiel. Sehr gut. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.